eine tauschstation ja warum nicht oh lol vielleicht mit dem mal ein paar pokémon zwangeln wow ja mach mal drei aluminiumplatten oder gib mir die sache nimmst du's machen kann drei aluminiumplatten haben wir schon einen weißen Aprikoko? ja ja wahr ok naja ich nehm trotzdem eine mit warum denn nicht wahr? ähhh wo ist denn der Hammer? der müsst ihr nicht mehr zu sein dann ich muss ja noch mit Hausaufgaben machen äh Hausaufgaben? jawohl pokémon-Rinze? naja auf jeden Fall erstmal alles auswendig lernen so muss das sein dumme Gedichtsanalyse noch fertig schreiben du musst jetzt einfach nur mit links dick drauf haben oder wie? äh kannst du mal wieder auf Stab abbaus einfach drauf kloppen ok aber ich werde spiel es war ja das hat mein garand ausbleib gemacht wird ich mach's platt ach ja oder auch nicht nein das war jetzt nicht so erfolgreich die sind doch noch zu schwach meine kleinen pokémon skis das kann ich sofort machen ich habe nämlich genug stein gesammelt obwohl doch habe ich habe ich doch alles dann schon mal ein bisschen eisen beraten ja sie machen mich gleich auf dem rückweg sofort wieder unterwegs unterwegs aber ich habe das allerdings sogar das level 20 ja ich glaube level 20 level 21 und wie sowas also wenn du wenn du den 18er fängst und das schnell hochlevels dann hast du das sofort ich habe auch über ins examen die endlich endlich jetzt kann er auch loslegen mit anbauen meine genannten neuenscheinige oberts ja natürlich dass ich heiß erzeugen das ist mit sicherheit level 70 und das muss aber ein körper gefangen endlich magica und körper und auf welchem level ja dann bist du ja bald soweit da bist du ja bald soweit die apple kokos wachsen haben da ist in meinem grünen homestrahl drinnen die chance sollten sich den heiler wieder und rein oder soll ich den hier oben hinstellen egal aber bevor wir uns das hier unten so alles ausbauen wenn ich das ist dann mal oben machen und überwärts ach so und birkenholz hier ist ein burkenbaum ja da ist die frage soll ich den highlights erst mal hier unten hinstellen ja mach mach das baut man ab mit einem gar nicht doch du kannst du mit dem schraubschluss abbauen oder gibt es den hier das war viel zu biest verdammt egal dass wir von unten stehen ja lassen wir mal gucken ja so machen wir haben genau weil wir für fünf diamanten war na dann ist ja ja kein problem da ist alles vorhanden so denke ich jetzt mal wieder feiten gibt mir doch mal hier so ein beschissenes letztling so ein beschissenes letztling ja endlich beschissenes letztendlich kann man nämlich richtig schön bauen hier richtig schön bau richtig schön sage ich dir das schmier als die außen eingepellt aber richtig aber so ist man nicht so halb sondern richtig aus dem ipad ja da kämpft das kapador es stirbt ich glaube ich gerade bitte warten fest auch nö kick bitte hallo auch gut ich bin auch klein wir sind gleich wieder zurück wunderbar freut uns alle inzwischen aber spiel durchgespielt ja wir sind schon da war ungefähr zwei jahre ohne internet so ungefähr ist natürlich ne kannst du mal nichts musst du gucken zu ja wie ist dir ergangen ohne internet was überlebt oder das ist zwei jahre gemacht hast du eben hier ja ja nein natürlich nicht natürlich nicht natürlich so haben wir auf jeden fall mal schön ein paar andere baumarten bei anderen arten können wir mal richtig schön bauen hier mit welchem denn ich möchte euch sagen so ich mach mich mal wieder nach hause ich mach mich mal wieder nach hause nein nein verdammt ich bin zu blöd hier oh ich bin so dumm kamurks entwickelt sich oh mein gott kamurks du kleiner scheißrabe das aber ein wurks hier oh leil ich habe mir gar nichts komm her du stacheliger stachel oh leil level 48 oh nice wie machst du das jetzt alleine fertig wie heißt das hier alter ich konnte keine mani keine mani lol was steht da hinten für ein dicker kuschelbär ein dicker kuschelbär und hier sehen sie einen dicken kuschelbär namensrammler nee namensrammler jawoll ich kann drauf fliegen jawohl du kannst es richtig reiten er reitet es hart oh leil nein oh jetzt verliere ich seid ihr gerade weil nice ich bin auf dem weg nach hause zu uns passt nicht hinter dir hä oh leil ist das fett äh schön ja ist ein fetter rabe aber ich kann fliegen ja das ist schon mal ganz geil muss man dir lassen willst du ja das ist schon eine leistung möchte ich sagen auch mal was zu essen das soll übel bescheuert aussehen da drauf ist so ein riesen ding auf so einen kleinen vieh losfangs wir sind die ganzen gebackene kartoffeln jawohl ich hatte nichts zu essen weiß wie heißt das noch mal bei der entwicklung von schicki 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 wo ist die healing dings ach hier da links am arsch der welt steht sie am ehrchen und bier jetzt muss ich mal wieder zum professor eichel professor eichel ist so toll und so eichelig und so und er hat immer käse ich frag mich wie er das macht ja ist schon schön hier so wo 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 und einer und einer hat man allerdings meine musste mal da ausmachen den tss alle meinten das richtig kacke ja das musst du musst du wirklich erst mal leveln ich glaube dass alle die hier rum rennen er hat mega nicht anfällig auf attacken wo ich bin so dumm wo werden denn pokémon eigentlich hingelegt die man außerhalb von einem kampf fängt da ist das aber nicht nein die kommt direkt und das hat es verkackt wenn man dann ist der ball jetzt weg es ist ätzend ich habe mich schon so gefreut verschwindet eigentlich nicht verschwindet denke ich auch wenn man den zeit endet ja 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 das ist blöd dachte mir so ja den punkt man so tot deswegen wirst du mal so und ja und relax so ein großes ding level 46 das mache ich platt wo er wenn jetzt kaputt das schläft gut er war gekickt komm schon nein ich finde keine pokémon also das problem habe ich auch und wir haben jetzt kartoffeln freunde also jetzt zeit was haben wir schon die ganze zeit kann nicht sein das kann doch nicht toll jetzt kann ich rüber schwimmen so ein dreck aber auch keine pokémon oder was wenn das selbst keine auf der haupt insel sind teilweise richtig starke weil manchmal so richtig so manchmal laufen die so fürstiger pokémon rum und dann kommen die wieder so ganze zeit nur fünfer entgegen ja 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 so richtig unbalanced richtig ich werde jetzt mal wieder produktiv sein also haus weiterbauen ja mach mal ja mach mal bist du da einfach mal hier anfangen freunde wirst du eingestellt wenn du mal jetzt die mikrowelle hier freigibst ja sorry ey du musst auch mal am Abenddessen im Magenhahn ja gut wo der rechter ist hast du natürlich recht so wir haben holz wir haben holz genau wir brauchen Freunde wir brauchen eine Plantage Beune der Sonne Beune der Sonne mit mit eurer augen der hässlichkeit voller dir ja Hallo was hier steht gerade eben von pokémon voll gut ja gut ähm mit tappens würde ich dazu mal sagen tut mir very sorry für das pokémon hmmm Schaufel haben wir noch jawohl ah jetzt pokédex ein prozent ein prozent oh ein prozent aber das wollte raus fix dass man unter wasser stört kann es sein ja Gott sei dank ey das war immer mega schlimm das war immer mega kacke scheiße wo soll ich denn jetzt erde fahren oh erde nein jetzt werde ich schon mal angegriffen kurz tot zurecht level 3 waren level 3er das ist ja schon vier pokémon ich hasse es darf ich denn nie die einste level was ich hab vier pokémon das wissen vier pokémon was hast du jetzt noch was hast du jetzt noch wie kann man da gefangen ich habe du dann haben wir bald allen gore du hast 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 du wird die armee denn nur damit übers Meer fliegen kalender weiter mein inventar man wird immer so zugeschissen ist der hammer da steht denn So, wo packt man den ganzen Plunder rein? Den ganzen Plunder hier. Ah ja, mein ganzes Chef-Pokemon sterben schon wieder, Alter, ey.